Kaupot Reisöl erhitzen Das Hähnchenfleisch darin anbraten Die Eier jetzt zugeben Mit dem zuvor gekochten Reis vermengen Nach belieben Chilisauce Drei Würze Und die dünne Sojasauce Tomaten Zwiebel Laubtwiebeln werden geschnitten Zum Schluss etwas Rohrzucker Das Kaupot ist jetzt servierbereit Und die dünne Sojasauce Und die dünne Sojasauce Und die dünne Sojasauce Und die dünne Sojasauce